Bist hier bei Alan Wake Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice Danke, dass du mitgekommen bist Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest Ich will es nicht hören, verdammt Alice Jetzt wird sie vermissen Alice? Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines stimulierten Autos Mir fehlt eine Woche Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte Aber die Hütte war verschwunden Schatz, ich bin zu Hause Hier hinten Liebling Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten Du solltest dir einen Kaffee machen Der wärmt dich auf Hey Liebling Das wird eine lange Nacht Aber diese Fotos werden wirklich großartig Dann brauchst wohl eher du den Kaffee Ich setze ihn auf Kaffee läuft Toll, danke Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will Ich habe gerade die Cover-Entwürfe fertig Sie liegen auf deinem Schreibtisch Sag mir, wie sie sind Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schaf Die sehen super aus Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird Letztes Mal war das letzte Mal Oh, apropos Barry, er hat angerufen Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten Ich bin hier, schon dabei, Schatz Beeil dich Ich bin hier, Süße Ich bin okay Schatz, das ist ein Stromausfall Ich habe die Taschenlampe Okay Hi Alles okay? Es tut mir leid Ich hatte eben einfach Angst Keine Sorge Wir holen die Kerzen raus Ich weiß, dass es dumm ist Aber es ist Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du Es macht mir Angst Ich liebe dich Erzähl mir eine Geschichte Okay Als Kind hatte ich immer diese Albträume Und auch Angst vor der Dunkelheit Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter Genannt der Klicker Den Klicker, hm? Ja Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben Na klar Hier ist er Erlen Vielleicht hilft er dir auch Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling Das hast du dir gerade ausgedacht Nein Nein, ernsthaft Ich liebe dich Auch wenn du ein Lügner bist Dankeschön Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut Meinem Kopf auch Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken Ich konnte nicht ohne Alice hier weg Hm, sehr gut Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung Aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen Danke Gut, Mr. Wake, das war's Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome Kommen Sie einfach wieder vorbei So, das war's dann Sarah, ähm, Sheriff Breaker Wartet auf Sie Sie macht Ihre Arbeit sehr gut Ich bin sicher, dass Sie Ihre Frau schnell finden wird Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen Es ist wahr, was man über den Sturz und je Inhalt am Ende sagt Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten Immer wieder in meinem Kopf abspielten Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snapfilms Ein Memoriam für meinen Leichnam Allein auf meiner eigenen Totenwache Wieder diese Metaphern Die Femme Fatale war weg Nur ein Fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war Die Femme Fatale war der typische Kleinstadtarzt Der das End Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs Das war Cynthia Weaver Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Ja, Herr Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt, 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 halt. Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Na, her damit! Herr Mulligan, zieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Schönes Ende. Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wing. Alice war verschwunden. Ich brauchte Hilfe, um sie zu finden. Ich war noch nicht bereit zu gehen. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war. Aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung. Ich muss da rangehen. Hallo? Alan? Bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark, am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Überobachten Sie. Ich brauche frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Sie müssen nur durch den Zellentrack. Der Beauty Grand zeigt Ihnen den Weg. Tut mir leid. Das alles... Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Wake. Ich verstehe das. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellentrack. Hey! Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht... das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Es war wieder eine lange Erfreude. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schöneinschlag. Das ist ein Problem. Der Aufwand dann macht mir einen Schöneinschlag. Dann machen wir eine lange Erfreude. Dann machen wir einen Schöneinschlag. Und dann machen wir den Versuch? Wenn man das nicht Dáil macht, dann haben wir einen Schöneinschlag. Dann dürfen wir einen Schöneinschlag. Dann machen wir einen Schöneinschlag. alles führerschein lag auf dem vordersitz der anrufer meinte es ernst barry pass auf ich bin auf der polizeiwache hol mich ab ich kann jetzt nicht reden ich musste breaker überreden mich gehen zu lassen damit ich mich im elderwood nationalpark mit alice entführern treffen konnte ein schriftsteller ist ein licht dass die welt der geschichte aus der dunkelheit holt und sie formt wie ein bildhauer ein ich wollte nur den schaden bereinigen denn die ende sind brüder geht es ihnen schon wieder besser mister ich würde jetzt gerne gehen ist das möglich naja wir müssen noch über ein paar sachen bin ich verhaftet nein natürlich nicht aber ich muss auf jeden fall wissen wo sie wohnen damit ich sie erreichen das motel ist nichts das majestic ist bekannt für kakerlaken die hütten in elderwood sind aber ganz nett das klingt gut ich bin dr emil hartmann ich möchte sie gern in die kodron lake lodge einladen haben sie mit meiner frau gesprochen ich hatte schon mehrfach das vergnügen mit ihr über ihre situation zu sprechen sie was mit ihr abgemacht ich habe sie hierher eingeladen meine klinik ist ein ort an den ach hey oh je ganz ruhig keiner bewegt sich hände weg von meinem klienten wer sind sie ich bin barry wheeler sein agent haben sie was mit mr wake zu klären dann reden sie mit mir ihr landeier werdet euch noch wundern wenn ich meine anwälte los lasse mir ist nichts passiert sarah mir geht's gut ich will ihn nicht anzeigen mr wake mein angebot steht noch bring mich heraus was zum teufel sollte das er wir brauchen keine wiederholung dieser sache mit den paparazzi ich dachte sie würden dich einlochen ich musste mit jemandem reden ich erzählte barry alles er dachte ich sei verrückt aber als er vom manuskript hörte hatte ich ihn dass ich etwas geschrieben hatte reichte ihm auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte er roch geld und er glaubte mir dass alice entführt worden war alles andere war erst einmal egal um mitternacht war ich mit dem entführer an einem ort namens lovers peak verabredet irgendwo im erlerwood nationalpark unser plan war eine hütte zu mieten das ist nicht gut es gefällt mir gar nicht absolut nicht es ist das klare gegenteil von gut mr wake barry sie haben ihn gefunden hi rose oh wow ich hab auch gerade an sie gedacht toll ich hab rossi eben einen kaffee gebracht er ist auf dem balkon kümmert sich um max armer kerl ich muss wirklich los war schön sie wieder zu sehen mr wake bis später wer ist max was für eine blöde kuh himmel mr ich leg mich mit jedem an es ist nicht ihre schuld sie ist sehr nett und was hinzu kommt ein fan von dir ernsthaft er was du mir im auto erzählt hast hör dir bloß mal selber zu hast du hast jemanden erschossen und seine leiche hat sich in luft aufgelöst wann hast du das letzte mal geschlafen bist du high hast du was getrunken nein man barry mir fehlt eine woche irgendwer hat alles alles ist einfach alles ist einfach wie es sich anhört wenn du so ein zeug erzählst ich meine ist eine gute story wie ein bestseller wenn du anfängst fiktion mit realität zu verwechseln bist du bei drei für die klaps müde warte hier ganz ruhig junge es ist fast geschafft hi rusty stimmt sie vermieten hütten mr wake ich würde ihnen ja die hand geben aber es geht gerade nicht tut mir leid aber können sie vielleicht selbst ein anmeldeformular vom tisch holen es ist gegenüber von hasenzahn charlie ok klar was ist passiert hirnlose wilderer max ist mit seinem fuß in eine falle geraten die sind hier verboten es ist generell verboten im park zu jagen aber ein paar hohlköpfe können es einfach nicht lassen immerhin kommt max wieder in ordnung hat glück gehabt max ist noch benommen von der betäubung ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen das formular liegt auf dem tisch gegenüber vom mammut im ernst du kannst dich nicht einfach mit einem entführer treffen sowas endet doch immer in einer totalen katastrophe du musst mit den kopf reden sie ist meine frau ich entscheide das können wir später darüber reden nein diese ganze sache hör mal du hast dir den kopf angestoßen ich meine er komm schon du musst doch wissen dass sich das völlig verrückt anhört hier ist das formular und hier sind die schlüssel ok es ist alles geregelt mr wake schön dass sie unser gast sind danke und wie komme ich zum lovers peak oh na klar er liegt am ende des naturlehrpfads der weg führt sie direkt dorthin es ist ein spaziergang und ein schönes plätzchen wenn du mich verarschen willst dann hat's geklappt ha ha lasst uns barry verarschen tja du hast mich eingelegt echt witzig ell du kannst jetzt aufhören hör mal ell ich soll dir glauben dass du ein das ist doch verrückt er 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 wir sollten zum sheriff oder zum fbi verdammt barry sie töten sie das ist keine diskussionsrunde barry ich gehe zum lovers peak und ich soll allein kommen ok ok ich verstehe du bist mein bester freund und ich fürchte dass du durcheinander bist hm sag mir was ich tun soll und ich tue es du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin ruf die kavallerie was was pass bloß auf wenn du es mit den einheimischen zu tun hast diese hinterwälder sind gefährlich sie hassen touristen denk nur mal an beim sterben ist jeder der erste nicht denn sie die Ich schicke mich hier mal erst. Halte die Stellung. Ich bin nicht gleich. Bei jedem Schritt erst. Ich schicke mich hier ab. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Kops. Und sie hatten Alice. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Erschlusspläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Oh, wem sagen Sie das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht die Tiere füttern! An alten Spurbesuchern erlaubt, die eine Angellizette für den Park erworben haben. Sie werden mit der Anweisung der Raider! Sie nieder ja 100 Meter an Wehren und Wölfe heran! Sie werden mit der Anweisung der Raider! Sie werden mit der Anweisung der Raider im Weg verarbeiten. Sie werden mit der Anweisung auf die Leine geführt. Sie werden mit der Anweisung auf der Anweisung der Raider! Das war's für heute. 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 Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten? Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake! Machen Sie schon! Wake, Sie locken Sie an und ich mache Sie fertig. Es tut ihr, ich mache sie nicht. Es tut ihr. Hey! Schlecht! Schlazer Treffer! Schmutz da! Schmich in Ruhe! Nur noch die Treppen hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter absinnt. Ich brauche die Waffe. Ha, keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie, bevor wir es verankt! Nur noch einen Moment! Verjagen Sie sie! Verjagen Sie sie, die Verstande! Das hält sie uns vom Hals! Nur noch einen Moment! Okay, es ist auf die Welt. Jetzt oder nicht. Machen Sie sich bereit! Sie sind gleich da! So sieht's aus, Wake. Das letzte Gefäck. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr, mit der verdammten Waffe! Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich als Programm ruhig. Das hier ist für euch! 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 Ah! Ah! This is my king! That should be great! Oh man! Monster! Yeah! Holy shit! Ah! 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 Das letzte Gefecht! Hier sind noch mehr Leuchtwackel! Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen! Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Boyd. Ist doch los! Zeit! Nein, kein Begegen! Sie ist falsch! Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches, Unschreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder Sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sich an... Sie werden mir das Manuskript geben, oder es wird Ihnen leidtun. Nein! Kommen Sie zurück! Ich bringe Sie um, wenn Sie Alice was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Also... Er steht im Geburtstag. Hier ist jetzt hier ein Feierland. Ich bin eigentlich... Vielen Dank. Vielen Dank. Was zum Teufel? Vielen Dank. 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 ... 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 Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Geh! Das war's für heute. 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 Hey, Alice. für heute. war das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.